Achtung, Chainlink bricht derzeit alle Rekorde. Der Preis kann im Jahr 2021 noch um ein Vielfaches höher ansteigen. Wir sehen uns jetzt an, was sich hinter Chainlink verbirgt, genaue Daten und Informationen und warum der Preis auf bis zu 60 US-Dollar ansteigen kann. Ich empfehle dir das ganze Video zu sehen, damit du alle Zusammenhänge und den Ausblick verstehst, was für deine Investition in Chainlink sehr entscheidend sein kann. Damit willkommen bei täglich Bitcoin und Krypto. Lasst uns gleich in diese Analyse und warum der Preis von Chainlink auf 60 US-Dollar ansteigen kann, starten. Chainlink-Preisanalyse, On-Chain-Metriken und Google-Trends in der Nähe von Allzeithochs. Die On-Chain-Kennzahlen für den Link-Token, die GitHub-Entwickleraktivität und Google-Trends zeigten bereits Anfang 2020 einen starken oder kontinuierlichen Anstieg der Aktivität, was die bullische Rally und den kontinuierlichen bullischen Preistrend unterstützte. In den letzten Wochen sind alle diese Kennzahlen erneut erheblich gestiegen. Chainlink ist ein dezentrales Orakel-Netzwerk, das auf Ethereum basiert. Das Netzwerk ist so konzipiert, dass Datenquellen außerhalb der Kette wie APIs, Datenfeeds oder Bankzahlungen mit intelligenten Verträgen in der Kette verbunden werden. Chainlink wurde am 30. Mai 2019 live geschaltet. Der Link-ICO hat im September 2017 114.285 Ether-Token oder 32 Millionen US-Dollar gesammelt. Die Token konnten nur mit Ethereum gekauft werden. Token wurden vor dem ICO privat für 3120 Link pro Ethereum verkauft, kosteten ungefähr 0,09 US-Dollar pro Token und waren mit einem 20% Bonus ausgestattet. Token im öffentlichen Verkauf wurden zu 2600 Link pro Ethereum oder ungefähr 0,11 US-Dollar pro Token angeboten. Beide Verkäufe bringen das kombinierte Umlaufangebot auf 350 Millionen Link Token. Weitere 650 Millionen Link Token wurden ausgegeben, von denen 55% für Knotenbetreiber und Ökosystembelohnungen verwendet wurden, während 45% der Link-Muttergesellschaft Smart Contract Limited zugewiesen wurden. Und hier sehen wir eine Grafik des Link-Token-Supplies, also aller Link-Token. Wir sehen in blau, dass 24,9% von der Smart Contract Limited, also der Muttergesellschaft gehalten werden. Rechts unten in rot sehen wir 35% sind Belohnungen für die Knotenpunkte und in gelb sehen wir 40,1% aller Link-Token sind im Umlauf. Also weniger als die Hälfte aller Link-Token sind im Umlauf. Smart Contract Limited wurde im September 2014 gegründet und von Gartner als 2017 Blockchain-Applications-Cool-Vendor ausgewählt. Smart Contract Limited ging eine Partnerschaft mit der Interpeng-Messaging-Plattform Swift ein, nachdem im Juni 2017 ein Proof of Concept der ersten Phase abgeschlossen worden war. Seit dem ICO hat Smart Contract Limited offenbar 50,5 Millionen Token verkauft, basierend auf den verfügbaren Wallets-Daten. Die verbleibenden Token scheinen ebenfalls keinen Sperr- oder Vesting-Zeitplan zu haben. Und in den letzten Monaten hat der Token-Verkauf aus der Smart Contract Limited Wallet zugenommen, die bei den letzten Token-Bewegungen fanden, in der ersten Jänner-Woche statt, beide für 500.000 Token. Und hier haben wir eine weitere Grafik, wo wir sehen, wie viele der Link-Tokens von der Muttergesellschaft Smart Contract Limited im Jahr 2020 verkauft wurden. Unten sehen wir die Monate und auf der Y-Achse links die Anzahl der Link-Docken in Millionen. Und wir sehen sehr gut, dass von Februar, März, wo monatlich 500.000 Link-Dockens noch verkauft wurden, gab es dann mit August, September und besonders Oktober 2020 einen signifikanten Anstieg, wo 2 Millionen Link-Docken bzw. sogar 4 Millionen Link-Docken im Oktober, November und Dezember verkauft wurden von der Muttergesellschaft Smart Contract Limited. Link ist ein ERC-20-Token mit der zusätzlichen ERC-223-Transfer-and-Call-Funktion, mit der Token innerhalb einer einzigen Transaktion von Verträgen empfangen und verarbeitet werden können. Der Link-Token wird verwendet, um Chainlink-Knoten-Operatoren für das Abrufen von Daten aus Datenfits außerhalb der Kette, der Formatierung von Daten in Blockchain-lesbarer Formate und die Berechnung außerhalb der Blockchain zu bezahlen. Die Anzahl der Knotenbetreiber ist seit dem Start stetig gewachsen. Und hier sehen wir eine sehr schöne Grafik von der Anzahl der Link-Transaktionen, die zu einem Smart Contract gesendet wurden, aufgesplittet in den verschiedenen Gruppen und nach Adressen-Identität. Und wir sehen hier diesen Ausschnitt von Mitte 2019 bis Ende 2019 und den stetigen Anstieg der Transaktionen, die zu einem Smart Contract gesendet wurden. Link verfügt über 21 Preis-Orakel für Ethereum, die als aggregierte, vertrauenswürdige, Preisquelle für DeFi, also Decentralist Finance Anwendungen, verwendet werden können. Link bietet auch dezentrale Preisreferenzdaten für mehrere andere US-Dollar und Ethereum-Paare an, die alle von verschiedenen Arten von Anwendungen verwendet werden können, Krypto-Native oder auf andere Weise. Und hier sehen wir diese 21 Aggregatoren, unter anderem Infinity Stones, Kaiko, Linkforest und viele mehr. Wer sich von euch das live ansehen möchte, gebe ich euch einen Link dazu in der Beschreibung unten dazu. Das dezentrale Netzwerk bietet drei Ansätze, um fehlerhafte Daten zu verhindern und Schwachstellen bei einzelnen Orakeln zu reduzieren. Über das Netzwerk gesendete Daten werden kuratiert und durch Mehrheitsabstimmung überprüft, wodurch ein einzelner Fehlerpunkt im Orakelsystem verhindert wird. Das Netzwerk durchläuft auch Orakel und führt ein Reputations- und Zertifizierungssystem für die Orakel-Leistung ein. Hardware-Komponenten schützen auch die Integrität und Vertraulichkeit von Daten, um manipulationssichere und private Datenübertragung zwischen Orakeln und intelligenten Verträgen zu gewährleisten. Wenn ein intelligenter Vertrag Daten von Chainlink anfordert, sendet jeder Knoten im Netzwerk seine Daten und die Knoten setzen ihre Link-Docken ein. Wenn festgestellt wird, dass der Knoten fehlerhafte Daten übermittelt hat, werden seine Link-Docken an Knoten verteilt, die gute Daten übermittelt haben. Dieses Bestrafungssystem ist ein Anreiz für einen kontinuierlichen Strom ehrlicher Daten aus dezentralen Quellen. Das Netzwerk unterstützt derzeit Ethereum, Bitcoin und Hyperledger mit Partnerschaften wie Google, Intel und Oracle. Und hier sehen wir eine riesige Liste des dezentralisierten Orakel-Ökosystems. Es sind inzwischen sehr viele Partnerschaften dabei. Wir sehen es unter anderem Google, Oracle selbst, Intel und viele, viele mehr. Am 30. September 2020 erlebte das Netzwerk laut Rory Peant, Director of Community bei Chainlink-Clubs, einen mehrstündigen Spam-Angriff. Trotz übermäßiger Knoten- und Orakel-Anforderungen arbeitete der Link weiterhin innerhalb der erwarteten Parameter. Die Knoten zahlten während des Angriffs höhere Ethereum-Gasgebühren, was laut Peant akzeptabel war, um den Ruf der Knoten aufrechtzuerhalten. Knotenbetreiber verloren über 700 Ethereum oder 335.000 US-Dollar aufgrund der höheren Gasgebühren, von denen einige von Link erstattet wurden. Auf der Netzwerkseite sind die Anzahl der On-Chain-Transaktionen pro Tag und der durchschnittliche Transaktionswert in US-Dollar seit Mitte Mai 2019 größtenteils umgekehrt. Und hier sehen wir diese Grafik vom Zeitraum Jänner 2018 bis Jänner 2021. In grün sehen wir die durchschnittliche Anzahl der durchschnittlichen Transaktionswerte in US-Dollar und in rot sehen wir die On-Chain-Transaktionen pro Tag. Und wir sehen sowohl einen kontinuierlichen Anstieg der in grün durchschnittlichen Transaktionswerte in US-Dollar und vor allem in rot den signifikanten Anstieg der durchschnittlichen On-Chain-Transaktionen pro Tag mit einem massiven Allzeithoch im August 2020 von 25.000 Transaktionen pro Tag. Die durchschnittlichen wöchentlichen Transaktionswerte lagen seit Februar 2020 zwischen 1.500 und 6.000 US-Dollar, erreichten jedoch Mitte August 2020 ein Allzeithoch von 18.000 US-Dollar. Die durchschnittlichen täglichen Transaktionswerte erreichten am 29. November 2018 ein Allzeithoch von 86.000 US-Dollar. Trotz eines Rückgangs um 50% seit August 2020 liegen die durchschnittlichen Transaktionswerte nahe einem Allzeithoch von 20.000. Und hier sehen wir wieder eine Grafik von Jänner 2018 bis Jänner 2021. In grün sehen wir die Anzahl der aktiven Adressen und in rot sehen wir den NVT 90-Tage Moving Average bzw. Durchschnittswert. Der NVT Indikator wird berechnet, indem die Marktkapitalisierung durch das tägliche On-Chain-Volumen geteilt wird. Das 30-Tage-Verhältnis vom Kalitschki-Netzwerkwert zu On-Chain-Transaktionen NVT hat sich in der kurzen Geschichte von Link stark verändert und Ende letzten Jahres ein Allzeittief erreicht. Der NVT liegt derzeit bei 120. Ein steigender NVT deutet darauf hin, dass die Kryptowährung aufgrund der wirtschaftlichen Aktivität und des Nutzens in der Kette überbewertet ist, was als rückläufiger Preisindikator angesehen werden sollte. Die Anzahl der monatlichen aktiven Adressen hat sich entsprechend dem Link US-Dollar Preis bewegt. Und wir sehen hier sehr gut, von Mai bis Juli 2019 stiegen die monatlichen aktiven Adressen um das 13-fache und erreichten ein Allzeithoch von fast 2400, während der US-Dollar Marktpreis um das 6-fache stieg. Am 21. August 2020 überstiegen die täglichen aktiven Adressen erstmals 23.000. Danach gingen sie um etwa 70% zurück und liegen im Jänner 2021 bei ungefähr 8.000. Dieser extrem signifikante Anstieg in den aktiven Adressen in grün dargestellt, ist ein sehr bullischer Indikator für den Preis. Das Chainlink-Projekt hat 123 Repositories auf GitHub, wobei das aktivste Repository im vergangenen Jahr über 4000 Commits von 33 Entwicklern gesammelt hat. Die meisten Kryptowährungen verwenden die Entwicklergemeinde von GitHub, in der Dateien in Ordnern gespeichert werden, die als Repositories oder Repos bezeichnet werden und Änderungen an diesen Dateien mit Commits aufgezeichnet werden, welche alles darüber speichern, welche Änderung wann und von wem vorgenommen wurde. Obwohl Commits Quantität und nicht unbedingt Qualität darstellen, kann eine höhere Anzahl von Commits eine höhere Entwicklungsaktivität und ein höheres Interesse bedeuten. Und hier sehen wir eine Grafik vom Zeitraum 2018 bis Anfang 2021, wo wir die Anzahl der Commits bei einem dieser Repositories sehen. Und wir sehen diesen leichten, aber doch kontinuierlichen Anstieg an Commits. Die weltweiten Google Trends Daten für den Begriff Chain Link Price stiegen von April bis Juni 2019 dramatisch an, was einem Anstieg der Link Preise entspricht. Im August 2020 hat dieser Trend zusammen mit dem Preis ein neues Allzeithoch erreicht. Beide Trendspitzen übertrafen das anfängliche Interesse während des ICO bei White Time. In den letzten Wochen haben die Trends erneut erheblich zugenommen. Ein langsamer Anstieg der Suche nach Bitcoin ging dem Bullenlauf im vierten Quartal 2017 voraus und signalisierte wahrscheinlich eine große Anzahl neuer Marktteilnehmer zu dieser Zeit. Eine Studie aus dem Jahr 2015 ergab jedoch eine starke Korrelation zwischen Google Trends Daten und dem Bitcoin Preis, während eine Studie aus dem Jahr 2017 zu dem Schluss kam, dass der Bitcoin Preis sank, als die US-amerikanischen Bitcoin Suchanfang von Google dramatisch zunahmen. Und hier sehen wir eine Grafik vom Zeitraum Mitte 2017 bis Ende 2020 und dem signifikanten Anstieg der Google Trend Suchanfragen nach dem Begriff Chain Link Price. Technische Analyse Auf dem Tageschart für den Link US-Dollar Markt kann der Kurs im Verhältnis zum 50 Perioden Exponential Moving Average EMA und zum 200 Perioden EMA als Lackmustest, also Prüfung, für den Trend verwendet werden. Diese wichtigen EMAs haben am 16. April 2020 nach dem vorherigen Preisverfall von 70% einen Aufwärtstrend verzeichnet. Beide EMAs liegen derzeit mit 11 US-Dollar über dem jährlichen Pivot und werden wahrscheinlich weiterhin als Unterstützung fungieren. Das Volumenprofil des sichtbaren Bereichs zeigt auch einen massiven Support in der US-Dollar 3,8 Zone und dem R1 jährlichen Pivot mit einem kleinen Volumenwiderstand. Der letzte verbleibende Aufwärtswiderstand vor einem Allzeithoch-Rehtest liegt in der Nähe des jährlichen R1 Pivots bei 20,5 US-Dollar. Darüber hinaus gibt es derzeit keine bullischen oder bärischen Unterschiede in Bezug auf Olumen oder RSI. In Bezug auf die Ichimoku-Wolke gibt es vier Schlüsselkennzahlen. Der aktuelle Preis auf die Wolke, das sind die Farben der Wolke Rot für bärisch und Grün für bullisch, das Denkan und Kichun-Kreuz und die Leggingspan. Der beste Einstieg erfolgt immer dann, wenn die meisten Signale von bärisch nach bullisch oder umgekehrt wechseln. Und hier sehen wir eine Grafik des Preises. In Grün die Linie mit dem gleiteten Halbjahresdurchschnitt und in Rot der Halbjahres-Fünffach-Multiplikator. Historische Preisdurchschnitte können eine Reihe der wahrscheinlichsten Preisziele in einer hohen und niedrigen Zone liefern. Mit Hilfe von Backtesting können verschiedene Iterationen eines beliebigen Durchschnittspreises für einen hohen Zeitrahmen verwendet werden, sofern frühere Höchstwerte genau vorhergesagt werden können. Preise unter dem gleiteten Durchschnitt können als Bereiche behandelt werden, die wahrscheinlich Unterstützung finden und als überverkaufte Bedingungen betrachtet werden sollten. Preise über einem Vielfachen des gleitenden Durchschnitts können als Zonen behandelt werden, die eher Widerstand finden und sollten als überkaufte Bedingungen betrachtet werden. Der gleitende Halbjahresdurchschnitt in Grün sieht derzeit eine Untergrenze von 12 US-Dollar vor und der Halbjahres-Fünffach-Multiplikator in Rot bietet derzeit eine Obergrenze von 60 US-Dollar. Der Preis befindet sich derzeit in der unteren Hälfte der beiden Bänder und nähert sich der Kaufzone. Fazit Da immer mehr nichtkompatible Blockchains, APIs und Datasets entstehen, muss die Interoperabilität in die On-Chain- und Off-Chain-Welt gebracht werden. Link zielt darauf ab, dieses Problem durch ein dezentrales Oracle-Netzwerk von Knotenbetreibern zu lösen, das durch die Absteckung von Link-Anreize zur Verbreitung genauerer Daten bietet. Bisher hat Link beeindruckende Proof-of-Concept oder Partnerschaften mit Swift, Google, Oracle und Intel aufgebaut, die alle führend in der Banken- oder Cloud-Computing-Branche sind. Auf Link laufende Oracles sind schnell zu einer Hauptstütze des DeFi-Universums geworden. On-Chain-Kennzahlen für den Link-Token, die GitHub-Entwickler-Aktivität und Google-Trends zeigten bereits Anfang 2020 einen starken oder kontinuierlichen Anstieg der Aktivität, was die bullische Rally und den kontinuierlichen bullischen Preistrend unterstützte. In den letzten Wochen sind alle diese Kennzahlen erneut erheblich gestiegen. Die verbleibenden 249 Millionen Token, die derzeit von Smart Contract Limited gehalten werden, können jedoch jederzeit verkauft werden. Laut Wallet-Aktivität wurden im letzten Monat 6 Millionen Link-Token verschoben. Bezogen auf die technische Analyse für das Link-US-Dollar-Paar sind seit dem Rückgang im März Aufwärtstrends geblieben, wobei der Preis nun über dem 200-Tages-EMA und der täglichen Wolke liegt. Die starke Unterstützung liegt zwischen 11 und 13 US-Dollar, basierend auf dem 200-Tages-EMA, den jährlichen Pivots und der täglichen Wolke, mit einem potenziellen Jahreshoch von 60 US-Dollar, basierend auf Pivot-Punkten und dem MA-Multiplikator. Denke daran, das wieder zu liken, denn mein Kanal ist noch sehr neu und das würde mir unglaublich helfen. Und denke daran, zu abonnieren, um täglich über die aktuellsten internationalen Bitcoin- und Kryptonachrichten informiert zu werden. Vielen Dank fürs Zusehen und habe noch einen wunderschönen Tag.